Wir suchen uns zunächst eine möglichst bequeme Haltung und wir stellen uns körperlich und mental darauf ein, dass wir uns nun entspannen werden. Im Moment müssen wir nicht sein, wir müssen nichts tun, wir sind einfach nur hier. Wir sind einfach nur hier in dem Moment und es ist nichts, was von uns verlangt wird. Achten Sie darauf, dass Sie bequem liegen und legen Sie sich auf den Rücken, die Arme leicht angewinkelt, die Beine liegen ausgestreckt nebeneinander, die Füße zeigen nach außen und der Kopf nimmt eine angenehme Lage ein. Sie können mit Duftölen arbeiten, Sie können ebenso mit einer Massage arbeiten, mit einer Massageliege, mit Kerzen, alles was Ihnen in diesem Moment gut tut. Sie können sich eine Decke nehmen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihren Körper und schließen Sie dabei, wenn möglich, die Augen. Spüren Sie Ihre Füße auf der Matte, auf der Unterlage, auf der Sie liegen? Den Rücken, die Hände? Was nehmen Sie momentan wahr? Was schmecken Sie? Was riechen Sie? Und was hören Sie? Hören Sie irgendwelche Geräusche? Versuchen Sie sich ein paar Sekunden auf Ihre Sinneswahrnehmungen zu konzentrieren, auf die Unterlage, die Sie mit der Hand berühren können. Wie fühlt sich diese Unterlage an, auf der ich liege? Ist sie rau, ist sie weich? Gehen Sie nun in Gedanken durch Ihren Körper und versuchen Sie aufzuspüren, welche Muskeln angespannt und welche verkrampft sind oder welche bereits ziemlich locker und entspannt sind? Wie fühlt sich Ihr Bauch an, Ihre Beine, Ihre Füße? Sind Ihre Füße leicht, weich, entspannt oder fühlen Sie sich schwer an? Wenn Sie sich auf die einzelnen Körperteile fokussieren, kann es sein, dass ein schwerer Gefühl auftritt. Manche berichten auch von einem Kribbeln. Wie fühlt es sich für Sie an? Wenn Sie den Wunsch dazu haben, dann nehmen Sie jetzt einen tiefen Atemzug. Durch den Mund, durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Sie können dies zwei, dreimal wiederholen und beobachten Sie, wie sich Ihre Bauchdecke beim Einatmen leicht hebt und beim Ausatmen wieder senkt und wie sich Ihre Lungen beim Einatmen voll mit Sauerstoff füllen. Wir beginnen nun gleich mit den Übungen. Achten Sie dabei ganz aufmerksam auf Ihre Empfindungen bei der Anspannung und bei der anschließenden Entspannung der Muskeln und auf den Vergleich. Wie fühlt sich das an, wenn es entspannt ist und wie fühlt sich das Ganze an, wenn ich angespannt bin? Es geht hier nicht nur darum, die Muskeln anzuspannen, sondern es geht um diesen Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung und diesen deutlich wahrzunehmen und zu spüren. Richten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre rechte Hand und auf Ihre rechten Unterarm. Ihre Gedanken sind nun in der Hand, in den einzelnen Finger, im Unterarm. Sie können die Hand auch bewegen, wie Sie wollen, die einzelnen Finger, den kleinen Finger, den Ringfinger. Beilen Sie nun Ihre rechte Hand zur Faust und halten Sie die Spannung. Einen Moment, beobachten Sie die Empfindungen der Anspannung in der Hand und Unterarm und mit den nächsten halten Sie dies sieben Sekunden lang. Atme Sie weiterhin ganz normal weiter, ruhig und lösen Sie die Anspannung in Hand, Unterarm und lockern die Muskulatur wieder. Wie fühlt sich das Ganze jetzt an? Die Hand ist nun entspannt, die einzelnen Finger sind wieder total entspannt, der Unterarm. Achten Sie auf den Unterschied zwischen dieser Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Vielleicht nehmen Sie ein Kribbeln wahr, ein leichtes, schwere Gefühl. Achten Sie darauf, welches Gefühl sich entwickelt, in Hand, Unterarm. Vielleicht auch ein Wärmegefühl. Wie würden Sie denn dieses beschreiben? Und folgen Sie diesem Gefühl und genießen Sie diese Entspannung. Gehen Sie nun mit Ihrer Aufmerksamkeit weg von der rechten Hand. Gehen Sie nun in Gedanken zur linken Hand und zum linken Unterarm und wiederholen Sie diese Übung. Ballen Sie wieder Ihre linke Hand, nehmen Sie die Finger wahr und ballen Sie diese zu einer Faust, dass Sie eine Spannung spüren. Nicht, dass es so unangenehm wird, aber so, dass Sie merken, hier baut sich eine Spannung auf. Und nehmen Sie wahr, wie sich der Körper anfühlt, wenn er angespannt ist. Halten Sie diese Anspannung für sieben Sekunden. konzentrieren Sie sich auf diese Wahrnehmung, auf dieses Gefühl und atmen weiterhin noch ganz entspannt weiter und lassen dann wieder locker. Unsere Hand, unsere linke Hand ist nun wieder total entspannt. Die einzelnen Finger, der Unterarm und achten Sie auf das Gefühl, das Sie jetzt spüren. Kribbeln, Wärme, Schwere. Wie fühlt sich die Entspannung an im Vergleich zur Anspannung? Versuchen wir nun, unsere Aufmerksamkeit auf unseren rechten Fuß zu lenken und ziehen wir mit den Zehen, ziehen wir sie zu unserem Körper hingegen, dass wir eine leichte Anspannung im Wadenbereich spüren. Nicht so stark, auch nicht so locker. Einfach nur, dass wir diese Anspannung spüren. Wie fühlt sich das an? Und halten wir wieder für sieben Sekunden lang dieses Gefühl der Anspannung. Und wir lassen wieder locker. Der Fuß senkt sich wieder nach unten. Die Zehen zeigen nicht mehr zu unserem Körper, in unsere Richtung. Er ist nicht mehr angespannt. Fuß- und Wadenmuskulatur sind nun vollkommen entspannt. Wir können die einzelnen Zehen bewegen. Und wir spüren ein angenehmes Gefühl. Wärme, vielleicht kribbeln, Leichtigkeit. Und wir genießen die Entspannung. Nun wiederholen wir diese Übung mit unserem linken Fuß, indem unsere Zehenspitzen wieder zu unserem Körper, wir ziehen sie zu unserem Körper. Wir atmen ganz normal entspannt weiter und wir halten wieder für sieben Sekunden diese Anspannung. Wir spüren dies eventuell auch in unserem Gesäß und in der Wadenmuskulatur und halten sieben Sekunden lang und lassen dann wieder locker und genießen nun, wie sich der rechte Fuß, der linke Fuß, die Wadenmuskulatur, wie sich beides angenehm auf der Unterlage anfühlt, ganz leicht und entspannt. Nun konzentrieren wir uns noch einmal auf dieses angenehme Gefühl der Entspannung. Wir haben unsere Hände zu Fäuste geballt, unsere Füße angespannt. Nun sind unsere Hände und unsere Füße total entspannt. Wir nehmen noch einmal wahr, wie sich diese Anspannung angefühlt hat im Vergleich zur Entspannung. Mit jedem Mal ausatmen werden wir entspannter und entspannter. Wir lassen dieses angenehme Gefühl in jeden Teil unseres Körpers fließen, in die Arme, die ganz angenehm auf der Unterlage liegen, ganz entspannt, in die Hände, in jeden einzelnen Finger, Stirn und Kopfhaut, in die Augen, in Kiefer- und Wangenmuskeln, in Hals und Nacken, in die Schultern, den Rücken hinunter, in den Bauch, das Gesäß, Oberschenkel, Unterschenkel, bis in die Füße hinein, bis in die Zehenspitzen. Wir können jetzt wieder tief einatmen durch die Nase und oder ausatmen durch den Mund. Lassen Sie sich mit jedem Ausatmen tiefer und tiefer in Ruhe und in Entspannung fallen. Nichts ist jetzt wichtig. Sie sind einfach nur hier und genießen es. Einmal Ruhe zu haben, entspannt zu sein, vollkommen in Ruhe und nichts leisten zu müssen, nichts können zu müssen. Es reicht, dass Sie jetzt einfach im Moment hier sind. Genießen Sie diesen Zustand von Ruhe und Entspannung noch eine kurze Weile ganz für sich. Prägen Sie sich dieses angenehme Gefühl von Ruhe und Entspannung ein, um es in sich zu bewahren und herauszutragen in den Rest des Tages. Sagen Sie nun bitte in Gedanken, sagen Sie sich, dass Sie bald zurückkehren werden, dass Sie die Übung jetzt beenden. Spannen Sie langsam beide Hände wieder an und bilden mit der linken und mit der rechten Hand noch ein einziges Mal eine Faust, halten dies für ein paar Sekunden und lassen dann nach sieben Sekunden wieder locker. Sie können nun die Hände von sich strecken und die Arme von sich strecken und strecken Sie den Körper mal richtig durch, wie wenn Sie gerade aufgestanden wären. Atme Sie ein paar Mal kräftig tief ein, wieder durch die Nase und wieder aus durch den Mund und öffnen langsam wieder die Augen und kommen zurück zum Ursprungsort. Schauen Sie vielleicht noch ein paar Sekunden um. Sie können auch länger brauchen und noch ein paar Sekunden die Entspannung nach sich ziehen lassen. Sie sind nun wieder hier und nehmen etwas von dieser Entspannung mit in Ihren Alltag. Wenn Sie einen freien Tag haben oder wenn das jetzt Ihre Mittagspause war, Ihr Wochenende, dann nehmen Sie diese positiven Gefühle der Entspannung mit in die Arbeit. mit nach der Mittagspause, egal wo Sie jetzt gerade sind. Da unser Alltag so stressig ist und so hektisch, sind viele Menschen nicht gewohnt, einfach nur Ruhe zu geben. Es wird als etwas Unangenehmes gesehen und Sie müssen ständig auf dem Trab bleiben. Doch genau dies macht uns mit der Zeit krank. Wenn diese Übung noch nicht gut funktioniert hat, dann können Sie mit einer kürzeren Übung beginnen und dies steigern. Sie werden merken, wenn Sie dies mehrmals machen, dass es Ihnen gut tut und die Entspannungsphase merken Sie ebenso, wie sich die Atemfrequenz wie sie geringer wird und wie Sie sogar damit einschlafen können, wenn Sie dies öfters üben. Erfahrungsberichte bitte gerne, wie immer, in die Kommentare. Und wir können uns weiterhin noch austauschen darüber, über die Muskelentspannung. Nach Checkerbsen, welche Erfahrungen damit gemacht wurden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. und nehme Sie die Entspannung mit sich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020